Hi, ganz schön frostig hier im Weserstadion und das ist durchaus doppeldeutig zu verstehen, denn wir wollen ja eigentlich nicht mehr drüber reden, aber da war ja was am vergangenen Samstag, dieses unsägliche 1 zu 7 und natürlich wirkt das immer noch ein bisschen nach. Ole Werner hat so eben in der Pressekonferenz ausführlich nochmal drüber gesprochen. Die Mannschaft hat sich das ganze Ding natürlich nochmal gegeben und allzu schön war das selbstverständlich auch für die Spieler nicht nochmal. Die fanden es ja nach der Partie schon nicht gut, haben sich jetzt in der Analyse nochmal durchquälen müssen und müssen jetzt am Mittwoch das Spiel gegen Union Berlin ja deutlich besser bestreiten. Sie wollen es deutlich besser bestreiten und eigentlich können sie auch nur froh sein, dass es jetzt schon am Mittwoch weitergeht. So quält man sich nicht noch mehrere Tage damit rum. Im Idealfall, wenn es denn gut ausgeht gegen Union Berlin. Tabellendritter, unheimlich robuste Mannschaft, hat sich jetzt gerade noch mit einem 8,4, 8,5 Millionen Mann sogar verstärkte von Celtic Glasgow. Also da sind ganz andere Dinge möglich als in Bremen. In Bremen möchte man einfach nur wieder guten Fußball spielen. Das hoffen sie natürlich auch bei Werder ganz explizit. Alle sind sich sicher, sie müssen die Reaktion zeigen und alle waren sich aber auch sicher und das hat Ole Werner gerade eben auch bestätigt nochmal. Von dem Tag an, als man hier hinter mir im Stadion den Aufstieg gegen Jan Regensburg sicher gemacht hat, war klar, es werden Rückschläge kommen, es werden Täler kommen. Wichtig ist nur, wie geht man damit um? Und genau diese Reaktion, die wünscht er sich jetzt natürlich. Man hat vorhin im Abschlusstraining eine halbe Stunde konnten wir nur zugucken. Danach hat sich die Mannschaft ins Stadion verabschiedet und geheim weiter trainiert. Schon erkennen, dass da deutlich konzentriert gearbeitet wird. Natürlich wurde ab und an ein bisschen gelacht, aber so richtig zum Scherzen ist da momentan niemandem zumute. Da wird konzentriert gearbeitet. Man will unbedingt diese Reaktion zeigen und im Idealfall, und das hat Ole Werner eben auch gerade eben gesagt, möchte man die nächsten drei Punkte holen. Denn das ist Motivation genug. Man kann mit 24 Punkten diese Hinrunde abschließen, wenn man einen Sieg schafft gegen die Hauptstädter. Und das wäre ja wirklich ein Erfolg für den Aufsteiger, den am Anfang wahrscheinlich wenige für möglich gehalten haben. Aber es gab eben diese vergangenen drei Partien. Jetzt eben, wie gesagt, in Köln dieses 1 zu 7 und kurz vor der WM-Pause die Niederlage gegen Leipzig und das 1 zu 6 gegen die Bayern. Das sind erstmal herbe Rückschläge gewesen. Aber Ole Werner bleibt gelassen und glaubt eben weiterhin an seine Mannschaft und er hofft auf die richtige Reaktion. Interessant wird halt sein, welches Personal er da raufschickt. Er hat gesagt, es ist relativ egal, ob ich jetzt die gleiche Elf draufstelle, mit dem Wunsch, dass sie es wieder gut macht, oder ob ich einfach ein paar neue raufstelle, mit der Hoffnung, dass sie es anders machen. Er hat gesagt, er wird auf jeden Fall die Mannschaft draufstellen, von der er der Überzeugung ist, dass sie den Sieg und das bestmögliche Ergebnis für Werder holen können. Wie genau das am Ende aussieht, das ist natürlich die spannende Frage. Es bietet sich ja die ein oder andere Veränderung an. In der Abwehr könnte Amos Pieper wieder zurück reinrutschen in die Dreierkette, dafür Niklas Stark auf die Bank müssen. Vielleicht tut sich was auf der 6, Christian Groß raus, Elia Grujew zurück von der 8 auf die 6 und dafür dann vielleicht Jens Day, der ja eigentlich als dieser robuste Spieler gilt, dann rein auf die 8, um da ein bisschen was zu bewirken. Schreibt es gerne in die Kommentare, wie würdet ihr aufstellen? Würdet ihr vielleicht auch Marvin Duxch mal eine Denkpause im Sturm geben? Allerdings ist da immer die Frage, ja wen hat man denn als Alternative? Aaron Dingci, Oliver Berg sind alle da, haben aber alle irgendwie jetzt von der Bank aus nicht den ganz großen Druck ausgeübt und gleiches gilt halt auf anderen Positionen genauso. Auf der Außenbahn nehmen wir Anthony Jung auf links. Libiu Ken ist irgendwie noch nicht so weit da richtig für ein Verdrängungswettbewerb zu sorgen. Auf der rechten Seite ist Mitch Weiser ohnehin gesetzt, da ist eher die Hoffnung, dass das jetzt wirklich nur mal ein Ausrutschern bei ihm war und er jetzt in der nächsten Partie eben gegen Union Berlin ja wieder genauso fit ist und genauso klasse spielen kann, wie er es halt über weite Teile der Hinrunde auch gemacht hat. Und in anderen Teilen der Mannschaft, wie gesagt, ist es genauso. Der Konkurrenzkampf, Ole Werner hat es auch gerade eben zugegeben, er ist auf einigen Positionen vorhanden, auf der einen oder anderen eher nicht so. Wir schauen mal, wir sind natürlich für euch live vor Ort und hoffen natürlich, dass gegen Union Berlin auch alles besser wird. Die Frage ist, ob Werner es bringen kann. Sicher ist, sie wissen alle und sie haben logischerweise verstanden, dass da mehr kommen muss als am vergangenen Wochenende gegen Köln. Jetzt müssen sie es halt nur noch auf den Platz bringen und dann eben nicht nur das, sondern im Idealfall dann eben auch noch mindestens einen oder im Idealfall sogar drei Punkte mitbringen. Problem an der Sache, die Heimbilanz gegen Union auch nicht die allerbeste in der Vergangenheit gewesen. Schauen wir mal, vielleicht geht es in der Schlussphase besonders rund. In der Schlussviertelstunde treffen jetzt die beiden Teams sozusagen aufeinander, die in den letzten 15 Minuten einer jeden Partie die meisten Treffer erzielt haben. Elf bei Werner, zehn bei Union. Vielleicht geht es hinten raus nochmal richtig rund, vielleicht mit einem guten Ende. Wir schauen auf jeden Fall drauf. Alles Wichtige lest ihr in der Deichstube. Bleibt gesund und respektvoll.